In diesem Wald passiert noch ganz anderes. Es war nämlich ein Tiger und ein Affe. Ein Tiger und ein Affe waren die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Die haben sehr gerne zusammen getanzt. Aber sie haben auch etwas anderes gemacht. Sie haben z.B. auch gerne spazieren miteinander. Oder sie haben gerne etwas angeschlichen. Z.B. ein Zebra und den Affe vielleicht eine Banane. Der war ja kein Fleischpresser. Oder sie haben z.B. Fungis gespielt. Und manchmal sind sie auch überrascht worden von einem Gewitter. Es blitzt und dunnert und beginnt zu regnen. Und wenn es da innen so fest regnet, müssen sie einfach einen Schirm umspannen. Wir wollen ja nicht, dass sie dann flaschen aus der Ose können. Irgendwann laufen sie nach Hause und sind dann wirklich müde. Und sogar manchmal im Schlag spielen sie noch einen Streifen. Und wenn es da ist, kann sie sein. Ich bin gerne um den Ort. Spielen Sie mit dem unser Thema. Applaus Und ich bin gerne. Ich kann euch nicht mehr zufragen. Deine. Ich kann euch noch ein Ding. Und hier ist mein Herz. Ich bin gerne ein zufällig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 Applaus